ich bin nicht borg ich werde euch auch nicht assimilieren und ob nun widerstand zwecklos ist oder nicht brauchen wir deswegen an der stelle gar nicht weiter diskutieren und damit herzlich willkommen hier zum nächsten star trek special blue pricks pro ich habe ein neues set für euch 877 teile set nummer 104 179 ein borg kubus in medium größe eine der gefährlichsten rassen überhaupt im star trek universum einer der gefährlichsten gegner im star trek universum für föderation klingonen und co eine rasse die schon lange lange zeit gibt und die sich andere rassen aneignet die werden assimiliert die borg sind ein riesengroßes kollektiv aus kybernetischen lebensformen und ja im prinzip kann man sagen ein borg ist halbe halbe der ist halb mensch oder halb klingone halb vulkaner je nachdem welche rasse die assimilieren und halb maschine und aufgekreuzt sind sie das erste mal bei tng in der folge zeitsprung mit q schaut euch an es ist wirklich eine sehr spannende folge das zieht sich dann weiter über die ganze tng serie die kreuzen immer mal wieder auf später gab es dann den kinofilm first contact auch mit den borg bei voyager sieht man sie des öfteren bei die es nein werden sie zumindest mal erwähnt bei enterprise gibt es eine borg folge man glaube es kaum obwohl enterprise noch vor t os spielt auf dem karton wird jetzt hier oben the next generation erwähnt wir hatten das beim ersten teil wo ich euch die enterprise a präsentiert habe auch schon da stand oben in der ecke the final frontier ich hatte es auch im video schon per schriftzug ergänzt weil ich vergessen hatte das ganze anzusprechen bei der enterprise hätte ich mir gewünscht dass da gestanden hätte die undiscovered country weil final frontier ist nicht unbedingt der klanz stern am himmel der star trek filme das nur mal so am rande aber ich weiß auch nicht da kann blubricks vielleicht noch nicht mal unbedingt was für weil die kartons werden ja auch vom lizenzgeber so ein bisschen vorgegeben so wie ich das erfahren habe hier oben haben wir zum beispiel jetzt auch the next generation man hätte theoretisch auch hinschreiben können first contact gut der jean-luc hat jetzt hier auch die normale serienuniform an er hat jetzt auch nicht die ich sag mal uniform an die jetzt ab first contact zum einsatz kommt die mir persönlich ja besser gefällt schauen wir uns den karton noch mal von der rückseite an der ist ähnlich gehalten dem karton von teil 1 da sehen wir jetzt halt noch mal den bohrkubus von der seite dargestellt hier mit schönem display stand fuß und der bedruckten plakette das wird vermutlich auch das einzige bedruckte teil sein was will man an dem bohrkubus noch bedrucken das ist einfach so die haben auch keine schiffs bezeichnung gut sie haben interne schiffs bezeichnung bei denen heißt es dann einfach nur was weiß ich bohrkubus 150 oder kubus 890 sowas in dem dreh aber die haben keine schiffs namen es gibt auch sehr viele bohrkuben noch mal von oben der darstellung und von der seite vielmehr muss ich hier an der stelle auch gar nicht sagen zum karton hier so ein bisschen ausgewölbt da ist beim transport wahrscheinlich ein klein bisschen was gequetscht worden ist aber nichts kaputt er lässt sich wieder verschließen auch eine schöne sache und insofern werden wir eigentlich jetzt schon mit der verpackung durch ich packe das ganze jetzt aus und dann schaue ich mal mit euch zusammen was denn der lieferumfang so sagt auch bei diesem set wird der lieferumfang in einem innenkarton deponiert mit schönen dickem rand ich weiß es gibt da jetzt leute die sind da nicht so der fan von wegen der umwelt aber das lassen wir einfach mal außen vor ich sehe es jetzt an der stelle einfach als eine art schutz airbag für die teile ihr bekommt bei den star trek sets von blubricks ich habe es ja schon angesprochen gehabt im letzten teil ich hoffe es bleibt auch so ihr bekommt sechs tüten bauabschnitt 1 ich habe es jetzt hier schon mal ausgepackt und ein bisschen vorsortiert ihr bekommt sechs tüten bauabschnitt 2 und ihr werdet kaum glauben beim bauabschnitt 3 sind es auch noch mal sechs tüten also genau genommen 18 tüten plus eine tüte mit der plakette vorgedruckt da bin ich auch schon sehr gespannt auf die qualität zeige euch auch noch mal wie sich das mit den nummerierungen verhält ja hier seht ihr immer schön auf den tütchen das wäre bauabschnitt 2 die tüten nummer und die set nummer zusätzlich gibt es einige blades 12 an der zahl wenn ich mich nicht verzählt habe sechs mal 14 die auch nicht gebogen oder ähnliches sind die sehen schön gerade aus das ist schon mal sehr gut in schwarz und dann noch drei dieser guss form mit kleinen waffen ich vermute mal die werden wieder dienen zum verbinden von irgendwelchen teilen wir werden sehen und seitens blubricks gedruckte anleitungshefte auch hier wieder die frontseite des kartons und die rückseite des kartons ein schönes dickes frontcover ein schönes dickes backcover die innenseiten fühlen sich auch sehr hochwertig an die farben sind schön die darstellung sind schön ihr bekommt die einzelnen bauschritte ausgegraut die schon gebaut wurden das ist alles wunderbar hier erkennbar also ich mache mir da eigentlich keine sorgen dass man damit nicht arbeiten kann lustigerweise ich habe mich ja schon so ein bisschen amüsiert die enterprise selber hatte 504 teile wenn ich mich nicht täusche hier haben wir 877 teile das sind fast nicht ganz aber fast 400 teile mehr ja wir hatten bei der enterprise 42 seiten anleitungsheft von denen effektiv 38 seiten sich mit dem bau beschäftigt haben wenn wir mal das inhaltsregister hinten also dieses teile register rausnehmen über zwei seiten und dann halt noch die seite 1 die uns den bauabschnitt gezeigt hat plus die letzte seite die das modell fertig gezeigt hat ratet mal wie viele seiten diese anleitung hat richtig 42 und dazu kommt noch ebenfalls hier auf der seite 1 sehen wir den ersten bauabschnitt was wir da tun da seht ihr auch gleich da wird der standfuß gebaut und ja wie nenne ich das denn jetzt die unterseite des schiffes wobei bei einem kubus hat er eine unterseite ist eine gute frage und dann haben wir hinten interessanterweise noch nicht mal zwei seiten teile register sondern nur eine daran seht ihr schon dass man natürlich hier nicht so abwechslungsreich wie bei der enterprise bauen wird da müsst ihr euch schon klar darüber sein es ist halt ein ziemlich einfach gehaltener kubus aber was will man da großartig variieren plus halt hier noch mal die letzte seite die uns das fertige modell zeigt also wir haben im prinzip ja eine bauseite mehr im gegensatz zur enterprise finde ich recht interessant wenn man mal bedenkt dass es fast 400 teile mehr sind der erste bauabschnitt ist soweit fertig anderthalb stunden bauzeit kann man in etwa rechnen ich habe nie auf die uhr geschaut meine in ruhe sagt mir das jetzt so warum dauert das so lange wenn man jetzt für den bauabschnitt 1 genau 18 seiten hat bzw 17 wenn man mal seite 1 außen vor lässt deswegen ihr seht es vielleicht das sind jede menge kleine teile hier die man montieren muss man muss dann noch zusätzlich aufpassen dass man sich nicht verklemmt und irgendwo ein teil falsch anbringt für solch einen fall würde ich euch einen teile trenner empfehlen deswegen liegt er da hinten weil ich als klemmonkel macht das auch gerne mal dass ich mich dann verklemme dann muss ich es wieder irgendwie entfernen und da ist so ein tool ganz nützlich wenn ihr es denn im bestand habt das ist auch mal eine kleine kritik bei den pro sets von blubricks würde ich mir tatsächlich noch ein teile trenner wünschen gut ich habe genug aber für die leute die vielleicht noch keinen haben ist das doch ganz praktisch ja hier haben wir unsere kleine plakette liegen die schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an den display standfuß mit sockel und ein paar teile die über sind jetzt denkt ihr vielleicht ja moment die übrigen teile ich habe doch jetzt hier eben an dem segment gesehen das sind noch ein paar noppen frei da kann ich mir die doch noch drauf klemmen könnt ihr theoretisch tun aber ich würde es erst mal lassen ihr wisst nicht ob da in den tütchen vielleicht noch irgendwas von den teilen fehlt schiebt sie euch zum rand hin wenn ihr fertig seid und ihr habt die teile übrig könnt ihr das immer noch tun dann habt ihr auch alle teile zusammen an dem modell und müsst ihr nicht irgendwo in dem tütchen noch verstauen und in der ecke legen hier funktioniert das denke ich ganz gut mit den übrigen teilen da findet sich bestimmt noch irgendwie eine stelle wo man sie sich rand klemmen kann da haben wir was blaues liegen das ist ein tool ein werkzeug auf deutsch damit auch jeder versteht wenn wir in die anleitung schauen dann sehen wir dieses tool in verbindung mit bügel perlen die kennen wir schon von kubi beispielsweise es gibt aber glaube ich mittlerweile auch andere sets wo diese technik zum tragen kommt und das ist nichts anderes als wenn man zwei teile zusammenstecken möchte wo das eigentlich nicht möglich ist die verbinden sich dann miteinander und dann funktioniert das auch wunderbar wie hier über eine sehr gute klemmkraft zweite sache auch hier in der anleitung wieder super dargestellt ab einer gewissen länge hier schreibt euch blubricks immer bei welche länge er verbauen sollt ihr müsst nicht die noppen nachzählen hier haben wir zum beispiel zwei mal acht es gibt dann auch noch längen von zehn zwölf vierzehn also das kann bis ins unendliche gehen bei einem bohr kubus kann es bis zu drei kilometer lang sein ja steht hier übrigens wirklich drauf bohr kubus ist drei kilometer breit lang hoch im vergleich dazu hat eine enterprise ab eine länge von ungefähr 300 meter daran sieht man wie groß solch ein kubus ist da sind jede menge drohnen beschäftigt in einem kollektiv mit einem verstand nur mal so als fun fact ich meine wenn wenn ein kleines schiffchen jetzt kommt und denkt sich auch hier den bohr kubus den greife ich an gut außer chainway mit der voyager macht das kein mensch aber mal davon abgesehen oder ist es tut sich irgendjemand verteidigen gegen diesen bohr kubus da rennen zigtausend drohen auf so einem kubus rum und der kubus wird angegriffen von irgendeiner waffe die waffe trifft dreimal meinetwegen so ein teil der borg beschäftigt sich mit dem treffer beziehungsweise mit dem schaden am schiff während die andere hälfte eine strategie ausarbeitet wie man sich denn gegen diese waffen verteidigen kann deswegen ist es so du feuerst kein viertes mal auf so ein kubus die haben dann schilde weil die haben eine verteidigung gegen die waffe gefunden da kommst du nicht mehr gegen an das nur mal so als fun fact am rande der sockel ist richtig schön stabil ist im design toll umgesetzt wir haben hier das borg emblem ja die haben auch ein emblem man glaube es kaum das sieht aus wie eine hand es ist eine hand kann es auch noch mal so halten hier auch richtig schön mit gelenken die könnte man jetzt auch theoretisch anders form wenn man möchte und wir haben hier auch diesen ton diesen farbton wie auch schon beim kubus jetzt könnte man denken naja gut ich habe tng gesehen eigentlich ist das logo doch rot also so kenne ich zumindest finde aber es ist passend umgesetzt es passt hier wirklich gut zu den trends clear teilen dazu in diesem yellow neon farbton und theoretisch könnte man es auch grün neon machen ja wer zum beispiel voyager kennt der weiß seven of nine stellt sich immer in ihren alkohol rein zum regenerieren und der ist auch grün wenn man auf dem borgschiff beamt da ist auch viel grün nicht so gelblich ja aber ich finde das ist schon gut gewählt hier da kommt er die farbe zu geltung wenn man jetzt hier so neon grün nimmt das ist generell dunkler das kommt nicht so schön zur geltung und insofern ist das schon ganz gut hier gewählt von der farbe also da will ich gar nichts kritisieren hier oben wird dann wahrscheinlich auf die achse das untere segment was wir hier gebaut haben gesteckt da gibt es dann auch hier in der mitte noch mal so ein kleines löchlein ich habe es noch nicht probiert das machen wir dann wirklich zum schluss erst und im großen und ganzen ist das wirklich ein sehr schöner display ständer gucken wir uns noch mal kurz hier die plakette an da steht es auch noch mal drei kilometer oder 3000 meter wie auch immer es ist kein druckfehler nein star trek bohcube und eine abbildung und dann haben wir noch mal die qualität und die ist wirklich auch wieder hervorragend was auch mit sicherheit der separaten eintütung zu verdanken ist gut wenn man es jetzt ins licht hält mit adlerauge schaut dann sieht man mikrokratzerchen aber die sind wirklich hier in einem bereich da muss man nicht drüber diskutieren das ist wirklich eine sehr ordentliche qualität eine sache hat mich gestört beziehungsweise war ein bisschen fehl ich habe ein teil dabei das ist solch eines und ihr kennt vielleicht mein video vom g star porsche wer es nicht kennt ihr findet in der playlist da hatte ich ein solches teil nicht dabei das hat mir gefehlt das hätte ich noch benötigt bei dem bausatz das war nicht da hier habe ich es und hier funktioniert das teil nicht ich zeige euch mal was ich meine ich habe hier meine kleine testplatte die kennt ihr schon und wenn ich das jetzt hier anklemmen will das hält nicht das lässt sich überhaupt nicht reindrücken habe ich überlegt was machst du und dann fiel mir ein der loih hat mir ja für den g star porsche das fehlteil zugeschickt und ich habe glück gehabt der loih war so freundlich und hat mir sogar das teil zweimal geschickt insofern hatte ich jetzt glück und habe das teil vom loih einfach hier mit angebracht und das sieht man auch gar nicht also ich wüsste jetzt auf anhieb nicht welches teil es ist weil es halt auch schwarz ist es dürfte halt nicht noch mal jetzt so ein problem auftauchen weil noch mal habe ich das teil nicht hier so viel zum ersten bauabschnitt wir gucken mal wie es weitergeht ich denke mal fast dass es gar keinen cut mehr gibt vorm schluss es werden jetzt nur noch segmente gebaut und euch die segmente jetzt einzeln hier zu zeigen finde ich ein bisschen ja quatschig ich denke mal wir werden uns dann wieder sehen wenn ich fertig gebaut habe und dann sprechen wir noch mal über das endergebnis sie sind die borg und wenn sie einen ihrer krugen gebaut haben machen sie erstmal dicke fette party wobei borg feiern nicht anders seit einer dreiviertel stunde stunde gefühlt sechs stunden sitze ich hier und fühle mich als wäre ich mitten in der schlacht von wolf 359 gefangen und egal was ich versuche ich komme da einfach nicht mehr raus ihr seht hier vier segmente liegen ihr seht da ein montiertes segment komme ich gleich noch darauf zu sprechen ich hatte noch ein fehlteil beziehungsweise ich habe es immer noch hier oben beim ja ich nenne es einfach mal oberen segment was da noch aufgesetzt wird da fehlt mir hier so ein kleines pistölchen ich hatte euch am anfang gesagt ihr habt da diese gussform bei die man da hinten raus strahlen sieht das sind drei an der zahl es müssten vier sein mir fehlt genau ein pistölchen ist jetzt halt blöd ich hätte jetzt auch ein graues verbauen können habe ich noch eins rumliegen aber das ist ja nichts aus da sie halt weg was fällt direkt auf beim oberen segment man hat kein seitenverbindungsteil wie man es dann wiederum bei den anderen segmenten hat und dieses seitenverbindungsteil das verbindet dann noch mal an der seite entsprechend deswegen seitenverbindungsteil die segmente miteinander über drei noppen über drei noppen ja bald zum hinterkopf grundsätzlich super schön gebaut also nicht ich sondern grundsätzlich eine sehr schöne konstruktion nein das ist auch schon wieder falsch formuliert grundsätzlich eine sehr schöne idee die auch gut umgesetzt wurde beim optischen so ich hoffe mal das war jetzt richtig formuliert weil jedes segment sieht anders aus und bei jedem segment aus unerklärlichen gründen halten diese viertel teile nicht es wollte sich gerade schon wieder ja und dann wird schon wieder weg ja also das ist ein problem punkt das ist ein großer problem punkt egal ob sie jetzt in trends clear nenne ich es jetzt einfach mal oder in schwarz sind die teile haben so gut wie kaum klemmkraft es passiert zwar jetzt nicht unbedingt was wenn ich es auf den kopf dreh dann fällt hier nicht direkt eins runter aber gerade beim versuch des anklemmens der seitensegmente wie gesagt ich komme gleich noch zu habe ich die dinger ganz gern mal in der hand dann muss ich wieder gucken wo waren die jetzt sie sind alle unterschiedlich gebaut ich kann euch trotzdem schon mal hier an der stelle vorwarnen es ist eine sehr eintönige arbeit obwohl alle segmente anders aussehen da müsst ihr euch darauf einstellen und es zieht sich dadurch auch in die länge weil es viele kleinteile sind ansonsten hat mir nichts gefehlt was mir allerdings fehlt das ist irgendwie eine taktik wie ich jetzt diese segmente am hauptteil irgendwie an klemmen soll ohne dass mir wieder irgendwas runter fällt für mich ist diese grund konstruktion eher ein großer fail zumindest in der art und weise wie sie hier unten umgesetzt wurde wir haben zwar auf der einen seite hier zwei modified bricks mit noppen nach außen da kann man gegen drücken da passiert nichts weil die nach innen hin abgestützt werden die ecken nicht zwei seiten überhaupt nicht nämlich die und die hier so jetzt sollt ihr gerade an diesen beiden seiten hier eure segmente befestigen ich für meinen teil ich habe keine ahnung wie es noch machen soll ich habe das jetzt schon auf verschiedene art und weise probiert mit verschiedenen kombinationen auch nicht nach anleitung ich habe schon die teile hier abgemacht habe sie an die segmente gemacht habe versucht dann mit diesen teilen das ganze zu befestigen das klappt nicht ich habe die teile auch abgemacht an die segmente habe dann hier oben noch dieses teil irgendwie weggelassen habe es erstmal probiert habe dann das teil oben versucht anzuklemmen es ging nicht es ist mir immer irgendwas wieder abgefallen ich habe noch zwei ideen im petto ich habe keine ahnung ob das funktionieren wird ich probiere es noch mal ansonsten sehe ich keine möglichkeit mehr als mit meinen eigenen steinen was eigentlich nicht standard sein sollte das ganze und noch mal zu verstärken wie es praktisch zu der seite hin ist das heißt die ecken müssen verstärkt werden und die beiden teile hier beidseitig müssen verstärkt werden ich finde es halt von blue bricks und unding das so zu veröffentlichen ich habe keine ahnung wie die das jetzt in ihrem eigenen haus internen test zusammengebaut haben wollen ohne dass denen das wieder irgendwie auseinander gekracht ist ich finde halt irgendwo und da müssen wir mal butter bei der fische lassen es muss spaß machen beim zusammenbau und bis hierhin hat spaß gemacht keine frage es hat richtig laune gemacht wie das ding entsteht aber nicht an dem punkt dann ankomme und komme nicht weiter blue bricks das ist für mich kein spaß mehr das ist einfach nur noch frust ich tue mein bestes und ich hoffe wir haben jetzt gleich diesen kubus endlich auf dem sockel hier auf dem tisch stehen nun ja um es mit geinens worten auszudrücken zumindest könnte ich mir vorstellen dass er das vielleicht so sagen würde ich möchte euch ja jetzt hier kein takasianisches messerbiest aufbinden ja aber das hält ihr mögt jetzt vielleicht im ersten moment denken meine güte der übertreibt aber ganz schön man hätte jetzt sicherlich auch nur die ecken so ein bisschen noch stabilisieren können und hier zur mitte hin einfach was stabilisieren können hätte wahrscheinlich auch gehalten ich habe es komplett robust gemacht kann das jetzt auch hier so ein bisschen versuchen zu biegen da biegt sich auch so nichts mehr durch ja inwieweit jetzt natürlich der display standfuß das aushält werden wir sehen ich werde es jetzt zusammensetzen auf alle Fälle ihr seht selber es sind kaum spaltmaße zu sehen vorher hatte ich das problem da hatte ich hier ein spaltmaß gar nicht mal so ohne ich hatte noch eine andere variante probiert ich habe erst das segment und das segment gesetzt habe dann an jedes segment oben schon diese verbindungsteile gemacht ja in beide ecken dann habe ich erst mal praktisch jetzt hier diese seite angesetzt unten verbunden und dann vorsichtig oben an die beiden ecken gedrückt das hat funktioniert a es war ein riesen spaltmaß unten b beim vierten segment ist mir wieder alles zusammengebrochen und zu dem zeitpunkt habe ich mir gesagt jetzt reicht es also jetzt kommt eine verstärkung ran und ich gehe einfach mal von aus dass ich jetzt zusammengesetzt bekomme wir sehen es gleich ich habe ihn endlich fertig so und wo ist jetzt der fehler im detail richtig ich habe gesagt ich habe ihn endlich fertig und das sollte nicht so sein bei einem klemmbaustein set ich sollte eigentlich sagen schade ich bin schon durch gut in dem fall könnte ich jetzt höchstens sagen ich bin durch aber das wieder was anderes ich glaube blubricks bewerben auch ganz gerne mal ihre sets mit wir bauen auf eine art und weise mit standardteilen die man kennt damit man kreativ sein kann spricht ja nichts dagegen ist ja okay aber dann sollte man auch genug teile dazugeben und nicht noch irgendwie im innenraum anteilen sparen die man noch dazu tun könnte ich wäre jetzt auch bereit gewesen noch mal drei vier euro mehr zu bezahlen wenn man das in vernünftig verstärkt hätte was bringt mir das stellt euch mal vor ich hätte jetzt hier nicht irgendwie noch eine wühlkiste stehen ich würde vielleicht sonst überhaupt nichts mit klemmbaustein machen ich hätte mir dieses set bestellt hätte nur noch frust zum schluss geschoben ich habe auch keine ahnung wie andere das jetzt hier hinbekommen haben die vielleicht gar keine teile in noch separat verbaut haben das da irgendwie zusammen zu kriegen ich habe alle möglichen varianten probiert nicht anleitungskonform ich habe es trotzdem hingekriegt vielleicht bin ich auch zu doof zum klemmen ich habe keine ahnung ich habe jetzt innen verstärkt ich habe es euch gezeigt ich hatte auch gezeigt es ist kaum spaltmaß zu sehen ich habe die aufnahme gestoppt habe weiter gebaut beim nächsten segment ging es los spaltmaß beim nächsten segment ging es los randrücken bringt nichts weil sich unten die ecken wieder weg drücken warum weil die segmente grundsätzlich gewölbt nach außen sind da kannst du drücken wie noxe die kommen dir immer wieder entgegen ich wollte euch eigentlich zum schluss oben noch mal reinschauen lassen ich war froh wo ich dieses obere segment aufgesetzt habe ich habe versucht irgendwie vier ecken mit zwei händen festzuhalten während ich noch mit einer dritten nicht verfügbaren hand irgendwie oben dieses segment aufgesetzt habe es ist eine katastrophe die spaltmaße sind jetzt aus irgendeinem grund ich weiß nicht woher es kommt weg wahrscheinlich oben durch dieses segment was irgendwie das ganze besser zusammenhält die einzige ecke wo man noch ein bisschen spaltmaß hat ist hier ja und selbst das obere segment schaut mal rechts die ecke das ist noch harmlos anfangs ist die deutlich nach oben gegangen ich habe jetzt wirklich eine ganze zeit drauf gedrückt ich hoffe es hält selbst das ist gewölbt ohne ende da ist er nun in voller pracht auf seinem sockel der borg kubus steht er stabil ja er steht stabil ich weiß aber nicht ob es an meinem zusatzgewicht der steine liegt oder ob auch so schon so stabil stehen würde auf alle fälle ich kann auch mal dran wackeln da passiert nichts da bricht nichts auseinander oder sonstiges da fällt auch keine gondel ab die nicht vorhanden ist alles wunderbar man sieht auch er steht schön horizontal hat keine schlagseite kann auch noch mal drehen so also optisch sieht das schon echt klasse aus auch hier so details das müsste die öffnung für die box wäre sein wenn ich mich nicht täusche box wäre ist nichts anderes wie ein erne sphäre rund halt wie ein ball das kommt aus dem inneren vom borg kubus ist so eine art erkundung schiff wie ein shuttle von der enterprise nur deutlich größer hat vielleicht die größe von der enterprise ist aber nicht minder gefährlich wie so ein ball kubus ist halt nur kleiner die maße 13 13 13 19 gut dass dreimal 13 hätte ich mir beim kubus jetzt sparen können egal auf alle fälle pi mal daumen zollstock wie immer dies ist übrig da fehlt eins und dann hatten wir noch hier unseren fehlguss ansonsten alles wunderbar bis zum punkt wo die segmente zusammengesetzt werden beziehungsweise der kubus zusammengesetzt wird will ich darüber großartig jetzt an der stelle noch mal diskutieren nein ehrlich gesagt nicht würde ich euch den kauf empfehlen als trackie wenn ihr nichts von dieser problematik wisst würde ich in dem moment schon machen da ich jetzt aber von der problematik weiß muss ich ganz ehrlich sagen von mir gibt es heute keine kauf empfehlung auch nicht für 40 euro bei sohn frust zu schieben wie bei diesem set sollte bei klemm baustein nicht der fall sein das ist für mich no go ganz ehrlich design technisch so zusammensetzung technisch so ja mit mit dreimal daumen runter pro seite gut wir wären soweit durch ich hoffe es war ein bisschen informativ ich habe nicht wieder zu viel gesabbelt ach ich wollte euch trotzdem noch mal was zeigen weil ich es ja beim letzten mal angesprochen habe bei der enterprise schon dass ich ja früher gerne damit gespielt habe selber sachen zusammenzusetzen ich habe in meiner wühlkiste beim suchen der teile was gefunden den jean-luc habe ich gefunden schaut mal ich sagte ja ich habe die mit edding angemalt ja hier sieht man sogar der edding ist immer noch vorhanden gut also wie gesagt wir sind soweit durch für heute ich bin auf alle fälle durch für heute mal gucken wann es mit der d weiter geht im teil drei das ist schon mal eine kleine preview ja und das war die review ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen spaß gemacht jetzt heute wieder auch wenn sie lang war lasst gerne daumen da ein abo wenn ihr möchtet und wenn er möchte sehen wir uns dann auch beim nächsten mal hier wieder wenn es heißt wir bauen eine große ente tschüss ihr lieben